Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Wissenkompakt mit Prof. Mark mit dem Thema Wie viel verdienen Ostdeutsche weniger? Auch mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ostdeutschland im Schnitt immer noch weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen und das in allen Qualifikationsstufen. Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an. Eine ungelehrte Hilfskraft ohne Berufsausbildung in Ostdeutschland verdient etwa 11% weniger als in Westdeutschland. Ein Experte mit einem Masterabschluss liegt im Osten sogar rund 15% unter dem Gehalt eines westdeutschen Arbeitnehmers mit derselben Qualifikation. Besonders stark betroffen sind Spezialisten wie Meister oder Bachelorabsolventen, welche im Osten bis zu 19% weniger verdienen. Aber bedeutet das, dass Ostdeutsche grundsätzlich finanziell schlechter gestellt sind? Nicht unbedingt. Im Osten sind die Lebenshaltungskosten zumeist etwas geringer als im Westen. Laut Statistischem Bundesamt haben westdeutsche Haushalte ohne Berlin im Jahre 2022 durchschnittlich 2927 Euro pro Monat für privaten Konsum ausgegeben. In Ostdeutschland lag dieser Betrag rund 400 Euro niedriger. Ein Blick auf die Entwicklung zeigt, dass sich die Gehälter in Ost- und Westdeutschland über die Jahre nur wenig angenähert haben. Das hat verschiedene Gründe. Im Osten sind deutlich weniger Unternehmen an Tarifverträge gebunden und es gibt zusätzliche Ausnahmeregelungen in vielen Branchentarifen. Zudem sind in Ostdeutschland vor allem kleine und mittelständische Unternehmen verbreitet. Diese zahlen oft niedrigere Löhne, weil ihre Arbeitsproduktivität häufig geringerer ist als die von großen Konzernen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West vielschichtig sind und von mehreren Faktoren beeinflusst werden. Von den Lebenshaltungskosten bis hin zur Unternehmensstruktur. Es bleibt spannend zu beobachten, ob sich die Gehälter in Zukunft weiter annähern werden. Was denkt ihr über die Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West? Sind niedrigere Lebenshaltungskosten im Osten ein fairer Ausgleich? Oder sollten sich die Löhne in ganz Deutschland endlich vollständig angleichen? Schreibt eure Meinung und Erfahrungen in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Perspektiven. Diskutiert mit und lasst uns gemeinsam überlegen, wie die Zukunft der Gehälter in Deutschland aussehen könnte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wie immer an dieser Stelle bleibt wissenshungrig. Ciao.